Halli Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei IT TAKES TWO Hallo! Hallo! Wir müssen unsere Beziehung retten. Ich weiß gar nicht, konnte ich eigentlich... Ach ja, ich konnte ja so. Konntest euch mit den Schildern, ja. Ich begrüß mal alle. Das wird sowas von der geilste Abschnitt von allen, Alter. Ich bin jetzt schon freudig erregt. So, ich habe nichts Neues gefunden. Fan von Sing bin ich auch nicht so. Ich sehe eine Kartbahn, ich gehe zur fucking Kartbahn. Ich sehe da hinten auch was hier. Kartbahn, los! Ich komme schon! Kartbahn! Kartbahn! Das ist immer ein Minigame, oh Gott! Kartbahn! Ja, nur ein Schilder wird. So. Oh Gott. Rennen starten. Na denn? Äh, L2 ist zum Beschleunigen. Ja, ja, L2, schaffst du schon. Ich habe einen Neues für... Ich habe einen Neues für... Ich habe einen Neues für... Wurte zu Werbung machen. Come on! Wo bin ich? Du bist grün! Du bist grün! Du bist grün! Ich wusste nicht, wo er mich hingesetzt hat. Du bist grün! Ja, aber ich wusste nicht, wo er mich gerade hingesetzt hat, weil ich runtergeflogen bin. Ach so. Das kann ich auch nicht mehr aufholen. Hä? 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 Kannst du mal runterfliegen? Nein. Ah! Verdammt! Hier unten haben wir denn. Heub. Hup. 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 Juhu! Na johu! Nee, nene, nene! Hm. Sie riemen. Ich riemen als fordern. Och. Lachen läuft doch. Nene, nene! Ich bin jetzt... Was hast du denn hier gefunden? Ich k Birka hier rauskucken. Ich weiß nicht, was es ist. also auch ein bisschen ist auch ein bisschen nach einer fahrbahn aus aber irgendwie zum selber fahren halt da muss über den über diese sagen wir müssen irgendwie doch noch da gucken was ist das echte und war wie happy kommt ok das ist nicht das was ich dachte ich versuche es mal mach es einfach auf nein ja warum geht das so direkt ich darf die kann noch mal springen wie ich denn 18 komm stell ich drauf oh ja du bist fett ich bin fett oder das ist fett warum ist die warte provokative Facts Patrick H. Elliot der Typ Vehicle Maintenance Logbook Musiktheorie The Garden Enthusiast Playboy so weiter also keine rechte für don't worry be happy bekommen oh das ist doch etwas was mich gleich schlägt oder be happy du 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 nein ich werde ich werde da hat diese maschine nervt die maschine denkt dass sie mehr ahnung hat hat sich ich schreibe das ding nicht an ich habe das rauskriegen gefunden wie wir weiter geht so was kann man es überträgern nein weil mich ja mit dem ich ja auch muss dem mechanismus macht dass er da rummechanismus ich habe mich ja ich will das weitergehen aber haben wir jetzt hier schon alles ich glaube nicht dahinten ist noch so ein schachbrett ding ein schach backstage kommst nicht hinter die kulissen ist du du bist du rum oder was nope ah spinnwebe ne funky dreams wir haben noch gelernt spinnen sind jetzt nett nett freundlich gut aussehend so ich glaube aber wir haben sonst echt nichts mehr ich glaube wir haben alles sonst du bist du zumindest sonst nicht mehr wie wir irgendwie da rüber kommen oder was da ja irgendwie was da kommen wir bestimmt nochmal hin also da lass mich diese komische karte bauen dahinter ein schachspiel na klasse ich bin raus ja so dumm für schach oder was ich sehe da oben was zum hangeln ich will ja das ist ein extremer weg oh ist das Ding noch hier? ja ich bin gleich drüben komm schon ok man kann da nicht hin dann würde er sich festhalten aber irgendwie da 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 oben kommen wir noch hin ja ich darf nicht da hinten müssen wir noch hin ich darf nicht ok na gut ich würde sagen ziehen wir mal weiter ich glaube hier ist alles nichts mehr ne ich glaube nicht ich nehme mir jetzt so das fett music box hier alter ja man kennt was ist das hier was ist das was ist das ne das da das habe ich noch nie gesehen ich bin jung mhm das war da mal ihre musik was ist das eine mp3 ne das war noch vor mp3 das war noch band da kenne ich mich nicht mit aus ne ich glaube es gibt welche die kennen das auch nicht mehr jetzt so ich ich kenne auch keine floppy disks ich kenne auch keine floppy disks ich kenne den schauspieler blue way der spielte 4 in 4 mit ja ich meine wie man damals mit den cds den gesessen hat ah schneider kommt nie vor sich haben will schneider rekord aufnehmen ja die ganzen die ganzen genau du kannst nämlich unsagbar nervig sein ne ne na stirbst du schon wieder ne ich hab's geschafft ach guck mal hier da ist bestimmt noch könig der löwen drauf oder sonstige disneyfilme die man damals abgefilmt hat ne 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 ich bin übrigens Captain America warum Captain America Captain America Captain America Captain America ich muss das übrigens umschreien ah 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 Captain America schien und ich bin nicht immer schwer zu können auf dem ich wohne bei wo es nicht Ich kann es aber nicht singen. Aber warum soll singen? Was soll singen hier auslösen? Äh, dass das Ding da oben rankommt. Hast du gehört gewunken? Warum auch immer. Weil du eine magische Elfe bist. Ah ja, wow. Ich stelle da nichts hinterfragen. Na, was los? Das tut bestimmt weh. Also, was wir tun? Sing besser! Ich mach mit. Ich habe nicht mal lange. Ich hab's geschafft. Verklass es, schaffst du es mir egal. Ich hab ein Schild. Ich mag eine Kedava. Jetzt steht irgendwo noch ein, so was man noch kennt. Aber, naja. Stamm, staunen. Was machst du da oben? Gucken. Warte, geht da aber. Hast du es gesehen? Ist ja irgendeine Mikro stehen hier. Mikrowelle, oder? Nein. Ich glaube, da musst du doch reinschreien. Puh. Das ist für dich. Kann ich jetzt auch machen. Hi. Warum kann ich dir eigentlich nicht mehr wehtun? Schade, ja. Früher mit Nägel, weißt du? Aber wir waren ja auch noch am Anfang unserer Beziehungsreparatur. Dann haben wir uns jetzt ja wieder lieb. Wir wollen uns nicht unbedingt töten. Okay, ich sollte vielleicht nicht vor dir. Doch. Das bringt es, glaube ich, nicht. Ähm. Ähm. Das ist vielleicht vor mir. Kannst du dich festhalten? Wir sollten vielleicht die zweite draufstehen. Muss ich dir alles jetzt überlassen? Mhm. Vertraue mir. Ja, warte, geht da aber. Schnell. Was? Das war aber knapp, glaube ich. Das wirkte recht knapp. Geld, 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 Geld. Wie soll ich den denn? Ich habe auch mal einen. Oh. Ich auch. Du musst mir helfen. Du musst mir helfen. Ich helfe. Warum brauchst du jetzt bei dem letzten Hilfe? Da hinten fest. Ah. Na toll, wegen dir bin ich jetzt in einem Musikkorb. Ah. Ah. Oh, Pornomusik. Ich habe zu singen. Ich weiß, dass mein Grandpa uns jetzt sehen würde. Ich liebe sie. Oder ich liebe sie. Hm. Du musst es singen. Du passést alles. Du hast alles. Pornomusik. Ich vermisse sie. Grandpa? Du kannst mich hören? Ich wünsche mir nicht, es zu ruinern. Das passt aber gerade so schön. Nein, das passt nicht schön, das klingt furchtbar. Copyright und sowas. Nicht Ärger. Ist egal, ich find's schön. So ist dir egal. Ja. Toll. Das ist dein Kanal hochladen. Echt, ey. Das Hör passt aber. Dann setz du gerade kurz die Musik auf dafür extra. Runter etwa hin. Warum? Wie kann man da runterfallen? Äh, ernsthaft, wie kann man runterfallen? Sind die falschen Tasten beschäftigt? Na ja, auch zu singen. Boah, ich wünsche dir so, ich kann dir das Ding einfach ins Gesicht zu machen, ne? Ja. Dass du davon einfach nur eine Rind triffst. Oh Gott. Oh, ich könnte ja ewig stehen bleiben jetzt. Ja, ich könnte auch mich ewig umbringen. Da kannst du wieder. Wir sterben. Ah, da war mein Tod. Tschüss. Verdammt, ich lebe noch. Verdammt. Verdammt, ich lebe noch. Ich lebe noch mal. Okay. Da war ich ja gerade rechtzeitig. Hey, ich hab was. Hey, dieser Sprecher hat eine Antenne an ihm. Ich behaupte, sie ist mit deinem Mikrofon. Ach so, und wenn du rein... Dann äh, kommt doch was raus oder was? Ja. Äh, wir machen's kaputt. Tja. Wir müssen uns kaputt machen. Ah, nee. Und sein Grandpa nicht versprochen. Da brauchst du erstmal einen Schlagen für sich. Olle. Banale! Warum muss ich das kaputt machen? Damit die Musik aufhört. Oh, jetzt war ja auch noch lauter, oder was? Oh, check out the sides of that thing! Lass ihn rippen, May! Wird ich gleich sterben? Ich kann, glaub ich, das so nicht machen. Ich glaub, du musst die kleine Box da hochbringen. Und dann hochschieben erst. Was ist das? Dass du die Box erstmal ausrichten musst und dann... Mann! Jetzt lass mal den Dödel da los! Ich weiß, das Ding ist riesig, aber... Ne? Ich wär froh, dass das Gesinge mir nicht so was von auf die Nüsse geht, Alter. Ehrlich. Ich krieg da einen richtigen... Ich find das so schön. Ich find das so unsagbar nervig. Boah, ich hoffe, ich komm um, Alter. Kriegst nen Hörsturz? Boah, das wär so schön. Ah, ich fand das schön. Entschuldigung. Ja, das war ein Traum. Ja, das war ein Traum. Toasty. Leben härtet aus. Schön, dass du mich töten willst. Ist dir das mal aufgefallen? Leben härtet nur aus. Holz verbrennt. Ja, natürlich. Ganz ehrlich. Das ist wirklich deine Aufgabe. Super. Oha. Versteh ich nicht. Wir haben immer noch jede Menge die Aufgaben. Ich muss dir schon wieder vertrauen. Ich glaube, du musst mich schweben lassen. Ich muss dir schon wieder vertrauen. Ich werde sterben. Okay. Was... Was muss ich tun? Ich muss mich da durchbringen. Äh... Warte. C? Ist C gut? Ja, C und A ist eigentlich dasselbe. Was hast du jetzt gemacht? C. Sicher? Achso, C hat aus... So, ja. Ja, okay. Und jetzt wird's die bei A auch machen? Nein, mach weiter C. Und jetzt D. Was D? D. D wie Dora. Was? Da hat's jetzt noch drin. Ne! Das ist schrecklich! Letzt B. So. Äh, C. C. Das nochmal. Und dann wieder D. Und dann D. Nochmal D. Äh... A. B. B, 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 oh Gott. Nein, nicht mehr dahin. Die, oder? Ähm, die, ja. Vielleicht hab ich alleine, tschüss. Schaffst du es schon. Weiß ja wie das geht. Ich hab noch keinen Plan wie ich hier rüberkomme. Ja, ich opfer dich. Ah, war da. Ah, war da. Ah, war da. Bitte sehr. Wow. Dankeschön. Haben wir hier ein Minigame irgendwo? Ich hab noch keines gesehen. Hier gehts runter jetzt auf einmal. Ist auch nix. Jetzt muss runter. Okay, da kann ich mich nicht ran kleben. Ich kann mich da nicht ran kleben. Na, dann gehts auch nicht weiter. Hier gehts auch nicht weiter. Hier gehts jetzt überall runter. Das ist natürlich komisch. Jetzt muss man mal nachgucken, wenn sie überall runter geht. Aber fein lassen. Man stirbt, dann gehts ja nicht runter. Ja, wenn... Hm. Hast du es nicht gefunden, was da unten war? Aber... Ich mag dieses Level nicht. Dieses Level ist voller Musik. Ich hasse Musik. Ach, Quatsch. Musik ist auch was schönes. Vielleicht kein Five Finger Death Punch, also es ist doof. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, auch nicht. War da hinten irgendwas? Nö. Ich bin jetzt überall runter. So. So bin ich kirre. Könnte ein Minigame irgendwo sein. Ich habe nichts gefunden. Ah, hier. Nichts. Nichts. Einfach nur nichts. Ist doof. Ich will ein Minigame verpassen, ja? Bist du schuld? Nein. Ich will wegen dir einen Hörsturz bekommen, ne? Mhm. Du musst du singen. Oh. Ich häng mich da lieber dran. Ah. Over here, May. Over here. Over here. Du musst hier herkommen. Ich komm ja schon. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das nervt. Das nervt so sehr, Alter. Ja. Haben wir gerade die falsche Fähigkeiten gegeben. Das haben wir alles in unserem Keller? Oh, oh. Did you hear that? I'm like a composer now. Oh. I'm a magnificent piece. Das Ding dabei. Du machst alles kaputt. Oh. Ah, ich fand ihn tot. Ach, schade. Ja. Das ist so. Ich glaube nicht, wie. Nö. Ich komm ja schon. Alter ich komm nicht hoch. Vielleicht will ich auch einfach nicht. Vielleicht sagt mein Körper schon nein. Nö, hier muss ich jetzt wieder singen. Das muss ich jetzt hier anzuheben. Niemand hört sich gerne singen. Was ist das hier? Der Tod. Kann ich was machen? Nee, kannst du was machen? Entschuldigung. Ja, das ist jetzt deine Leidenschaft hier. Wie auf die Eier gehen, ist einfach deine Leidenschaft. Das ist doch gut. Das stimmt dann sogar wirklich. Das beherrscht, wie auf die Eier gehen. Die kannst du auch singen. Ich bin runtergefallen. Das ist eine Sirene, Alter. Was kannst du bei den anderen? Warum? Hast du von anderen? Auf der anderen Seite kannst du auch noch singen. Auf einen. Wie sieht es aus, als ob es weitergeht. Ready? Wie sieht es aus. Wie sieht es aus. Wenn du mit dem, dich nicht aus. Vielen Dank.